Sehr geehrte Damen und Herren, ich darf Sie im Namen des Rektorats sehr herzlich hier begrüßen. Vio Matters ist Teil der sogenannten Third Mission. Es geht einfach darum, Themen von allgemeinem Interesse für die Öffentlichkeit darzustellen und mit ihr zu diskutieren. Meine Damen und Herren, vor genau 24 Stunden saß ich in einem etwas düsteren Hinterzimmer eines Liesinger Wirtshauses. Keine Angst, es geht jetzt nicht um die Untiefen meiner Freizeitgestaltung. Es war eine Eigentümerversammlung meiner Wohnhausanlage mit 32 Eigentümern. Das große Thema war die Umstellung auf dekarbonisierte Wärmeversorgung, konkret von einer Gastherme zu einer Wärmepumpe Luft. Und natürlich großzügigst gefördert, jedenfalls unter dieser Bundesregierung. Schauen wir mal, was passiert in der Folge. Die Maßnahme wird mehrheitlich gestützt. Das Grobkonzept liegt vor. Das Ansuchen für Förderung stellen wir jetzt. Für die Umsetzung des Ganzen bedarf es aber der Einstimmigkeit. Das ist bei 32 Wohnungseigentümern nicht trivial. Insbesondere nicht, weil ein Investitionsvolumen von knapp einer halben Million Euro. Wenn der Plan stimmt natürlich. Also das ist ja auch noch offen. Aber man muss also einzelne zurückhaltende Eigentümer, und die gibt es natürlich, überzeugen. Entweder, indem man auch andere Maßnahmen vornimmt, an denen diese Eigentümer vielleicht ein besonderes Interesse haben. Das könnte mit etwas Glück gelingen. Oder im Extremfall, indem man ihre Investitionskosten übernimmt. Welches taktische Verhalten solche Anreize begünstigen, können Sie sich ja alle ausmalen. Dass das Vorhaben deswegen scheitern kann, wohl auch. Ich will aber nicht jammern, sondern eigentlich nur illustrieren, wie kontraproduktiv solche Regelungen aus Sicht der Dekarbonisierung sind. Das ist sicher nicht der einzige Aspekt, um den es im Wohnrecht geht, aber natürlich schon ein sehr wichtiger Aspekt. Deswegen ist unsere Frage heute, Klimakrise als Reformmotor des Wohnrechts, politisch ganz zentral und praktisch, jedenfalls für mich, eminent wichtig. Und deswegen ist es auch wenig überraschend, dass unsere Diskussion heute auch die Aufmerksamkeit der Medien gefunden hat, konkret im Kurier am Montag. Und es freut uns als WU sehr, dass eine so tolle Runde an Expertinnen und Experten dieses Thema heute für uns und mit uns diskutieren wird. Und mich freut, dass ich dabei sein darf und zumindest die erste Stunde auch dabei sein kann. Ich danke zunächst dem Department für Privatrecht, meinem Department für Privatrecht und hier vor allem Herrn Berner für die Veranstaltung und der Eventabteilung der WU natürlich für die tolle Organisation. Damit schließe ich auch gleich und darf gleich an Sie, lieber Herr Berner, für alles Weitere übergeben. Ja, lieber Herr Vizerektor, sehr geehrte Damen und Herren. Wir sind wirklich eine sehr, sehr aktive Live-Veranstaltung. Die erste Diskutantin trifft jetzt gerade ein. Sie wollte wahrscheinlich subkutan darauf hinweisen, wie klimaneutral sie reist, wenn sie mir geschrieben hat, dass sie in der U-Bahn steckt und zweimal umsteigen musste und deswegen ein bisschen verspätet ist. Ja, also herzlich willkommen. Danke fürs Mitdiskutieren, danke fürs Dasein. Wir führen den doppelten Kampf gegen das Wetter, einerseits mit Blick auf unser Thema, andererseits mit Blick natürlich auf die Außentemperaturen und das Alternativprogramm. Deswegen versuchen wir die Zeit auch sinnvoll zu nutzen. Und Herr Vizerektor Wiener hat es ja bereits angesprochen, Wohnen geht uns natürlich alle an, wenn wir Wohnungseigentümerinnen, Wohnungseigentümer sind, wenn wir Mieterinnen oder Mieter sind. Und in all diesen Bereichen sind wir heute gefordert. Wir sind einmal ganz allgemein im Wohnrecht gefordert, das ist natürlich kein Geheimnis, dass das Wohnrecht eine Baustelle ist, eigentlich zwei Baustellen. Die erste haben sie mir schon weggenommen und nein, vollkommen richtig. Also es fällt einem leicht, eigentlich Beispiele zu bringen, an denen man erkennen kann, dass es so nicht weitergehen kann mit Blick auf die rechtlichen Rahmenbedingungen. Die zweite Baustelle ist das Mietrecht. Da gibt es seit Jahren, seit Jahrzehnten Diskussionen, das ist jedem von uns bekannt, das Mietrecht ist unfair, das Mietrecht ist kompliziert, das ist eine Geheimwissenschaft. Man weiß eigentlich nicht genau, welche Mietzinsbildungen wann zur Anwendung kommen und vor allem weiß man auch nicht, warum sie zur Anwendung kommen. Also niemand kann außer natürlich in der Theorie erklären, warum in der einen Wohnung dieser und in der anderen Wohnung jener Mietzins verlangt werden kann. Und das hat uns dann schon zur Frage gebracht, ob es nicht einen Reformbedarf gibt. Und dieser Reformbedarf, das ist insofern die gute Botschaft, ist kein Problem unserer Generation. Das gab es, Sie sehen, auf der Folie eigentlich schon in den letzten Jahrzehnten sehr oft und sehr lange. Und es ist fast prophetisch, was die Furche im Jahr 1972 prognostiziert hat, Guillotine für Althäuser. Hier ging es in Wirklichkeit um das Problem, vor dem wir heute auch stehen. Der damalige unter Kreis gebauten Minister Josef Moser wollte eine große Bautenreform anstoßen, das heißt also viel Wohnraum schaffen, dann entschärft sich das Problem. Das hat er nicht zusammengebracht, das gründen die nicht in seiner Sphäre lagen. Und dann hat er sich gedacht, dann gehen wir eben das Mietrecht an und versuchen, soziale Bedingungen zu verbessern, soziale Regelungen zu schaffen, die dazu führen, dass es also bessere, schärfere, größere Mietendeckelungen gibt. Und was man da betitelt hat, war ja genau das Problem, das dann im Artikel auch angesprochen wird. Das bedeutet natürlich in gewisser Weise eine Investitionsfeindlichkeit, weil wenn die Mietendeckelung greift, dann ist das natürlich für den Vermieter und Eigentümer, der Zeit, Geld, Energie investieren möchte, nicht die ideale Situation. So, und wir haben also neben diesem Befund aus der damaligen Zeit, Herr Vizerektor hat es auch richtigerweise angesprochen, jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder wir können sagen, es ist ganz furchtbar und wir jammern oder, und Sie haben es richtigerweise gesagt, jammern hilft nichts, man muss schauen, wie man damit weiter tut. Und das ist zugleich die Brücke zum zweiten Thema, das uns auch neben dem Wohnen alle beschäftigt, nämlich die Klimakrise, der Klimawandel. Und dass das auch schon seit Jahren und seit Jahrzehnten ein Thema ist, sieht man vielleicht noch auf den ersten Blick. In den 90er Jahren ist damals durch Anstoß von El Gore, Sie erinnern sich, ein Inconvenient Truth, dieser Film weltweit bekannt geworden, wo eben das erste Mal vor den Folgen der Erderwärmung gewarnt wurde. Und das war eigentlich so öffentlichkeitswirksam das erste Mal, dass man darüber gehört hat. In Wirklichkeit hieß es schon viel früher, Statistiken zeigen eine Erderwärmung. Die Versicherer haben es natürlich schon als Erste gewusst, weil sie mit Statistiken arbeiten. Und daher hat die Münchner Rück in den 1970er Jahren vor den dramatischen Folgen gewarnt. Man hat der Münchner Rück damals Geschäftemacherei zum Vertrieb von Versicherungen vorgeworfen. Und letztlich hat sich auf Punkt und Beistrich all das, was sie vorausgesagt haben, auch bewahrheitet. Und wenn man sich aber die letzten Jahre anschaut, ich kann mich erinnern, als ich den ersten Vortrag zum Klimawandel oder zur Klimakrise, das hieß es damals noch nicht gehalten habe, da habe ich mich bemüht, Beispiele zu finden, die möglichst plastisch sind. Das muss man heute nicht mehr machen. Man braucht nur letzte Woche die Schlagzeile über das Jahrhunderthochwasser, schon wieder ein Jahrhunderthochwasser in Deutschland nehmen. Der nächste Temperatur- und Unwetterrekordsommer steht vor der Tür. Wir wissen, dass es treffen wird, dass es eintreten wird. Wir wissen nur nicht, ob es bei uns ist oder bei unseren Nachbarn. Also die Beispiele sind wirklich nicht enden wollend. Gerade vor der Veranstaltung gab es die Meldung, dass das 1,5-Ziel nicht erreicht wurde, also bereits überschritten wurde mit Blick auf die Erderwärmung. Und lange Rede kurzer Sinn, die Klimaerwärmung und der Klimawandel hat sich längst zur Klimakrise entwickelt. Und diese dramatischen Beschleunigungs- und Verstärkungseffekte, die sehen Sie wirklich allerorts. Ich weise nur auf ein Beispiel, das besonders plastisch ist hin, das Korallensterben, das durch die Erderwärmung hervorgerufen wird. Das führt natürlich dazu, nicht nur, dass die schönen Korallen absterben und wir nicht mehr schnorchen und tauchen gehen können, sondern dass der Lebensraum für die Fische verloren geht. Wenn der Lebensraum für die Fische verloren geht, dann gibt es weniger Nahrung, das während Dürre- und Ernteperioden. Und das führt eben dazu, dass aus diesem reinen Erwärmungsthema einfach ein Krisenthema geworden ist. Und auch hier gilt aber natürlich, jammern hilft nichts und das ist der Übergang zur nächsten Folie, muss einfach wieder kälter werden. Und wir müssen Klimaziele erreichen und Österreich hat sich das Klimaziel gesetzt, bis 2040 klimaneutral zu werden. Da sehen wir hier, dass es noch ein relativ weiter Weg ist in die Richtung, aber um auch eine positive Botschaft zu bringen, offenbar geht es. Zumindest 2023 ist die vorläufige Berechnung einmal in die richtige Richtung. Aber da muss noch einiges passieren und damit sind wir beim heutigen Thema. Es muss nicht nur einiges passieren, sondern der Gebäudesektor muss mitmachen, weil ein guter Teil der CO2-Emissionen eben nicht nur durch den Verkehr, nicht nur durch die Industrie, sondern eben auch durch das Wohnen und den Wohnraum als solchen verursacht wird. Und bisher, auch das haben wir schon bei der Eröffnung und der Einleitung gehört, bisher hat der öffentliche Sektor oder hat die Politik versucht, diese Anpassungen durch öffentliche Zuschüsse, man kann eigentlich sagen, herbeizufördern. Und damit sind wir eigentlich mitten im Thema. Die öffentlichen Zuschüsse, die Förderungen, wir werden es uns heute anschauen, das reicht nicht aus. Es braucht offenbar mehr und da bleibt dir nichts anderes übrig als das Wohnrecht als solches. Die Ökologisierung von Gebäuden, vor allem von Gebäuden im Bestand, nicht nur von Neugebauten, da funktioniert das öffentlich-rechtliche Instrumentarium etwas besser. Es muss durchsetzbar sein, es muss sich lohnen, es muss attraktiv sein. Und die Beispiele, wir haben eines dieser Beispiele schon gehört, sind ja, glaube ich, wirklich sehr illustrativ, dass man da Einstimmigkeit braucht. Das ist natürlich in der Theorie erklärbar, aber bedeutet in Wahrheit eine Verhinderung solcher an sich sinnvoller Vorhaben. Wem kann man eigentlich erklären, dass der Umstieg von einer Gastherme auf ein nachhaltiges Heizsystem in einer Mietwohnung nicht funktioniert, wenn es der Mieter nicht möchte? Das kann man eigentlich nicht gut erklären. Man kann nicht gut erklären, warum der Wohnungseigentümer, ich rede jetzt gar nicht von Schutzzonen, Denkmalschutz oder ähnlichen Regelungen, dass er in aller Regel kein Balkonkraftwerk, wenn man so möchte, errichten darf, weil er auch da in vielen Fällen die Zustimmung seiner Mieteigentümer braucht. Und der Vermieter kann zwar sagen, okay, ein Haus kann ich thermisch sanieren, das kann man Ihnen machen, aber in vielen Fällen kann er aufgrund der thermischen Sanierung keinen höheren Mietzins verlangen. Und damit zeigt sich, wenn die Investition keinen Sinn macht, dann wird sie auch nicht erfolgen. Und genau dort wollen wir heute ansetzen, genau das ist das Ziel. Wir wollen uns überlegen, welche Reformen notwendig sind, was man tun könnte. Und im Lichte dieses Themas haben wir eine Runde zusammengestellt, über die ich mich wirklich sehr freue. Man kann es in dem Rahmen ja auch sagen, auf die wir sehr stolz sind. Wir haben nämlich gesagt, das muss ja auch in der Praxis passieren, da reichen nicht nur rechtliche Rahmenbedingungen und Regeln. Und das bedeutet vor allem, dass diese Reformvorhaben, also Architektur, Fachwissen und juristisches Fachwissen gleichermaßen brauchen. Und ganz in diesem Lichte haben wir unsere Runde zusammengesetzt. Die Gäste haben meist mehrere Funktionen, die sie aus vielen verschiedenen Gründen für die Diskussionsteilnahme qualifizieren. Und ich darf jetzt die einzelnen Teilnehmerinnen und Teilnehmer nacheinander vorstellen und direkt aufs Podium, aufs leicht erhöhte Podium bitten. Und wir starten mit dem Bereich der Architektur. Katharina Fröch ist die Erste, herzlich willkommen. Sie ist Architektin, sie ist Vorsitzende der Bundessektion der Architektinnen Österreichs, Vorsitzende des Gestaltungsbeirats in Niederösterreich. Da wäre es ideal, dann habe ich es nicht weit bis, genau, perfekt. Vorsitzende des Gestaltungsbeirats Niederösterreich und ich hoffe, Sie sind, also offensichtlich sind Sie der Juristerei nicht vollkommen abgeneigt, Sie sind nämlich auch Leinrichterin, Verwaltungsgericht Niederösterreich. Herzlich willkommen. Wir haben es geschafft, eine zweite Architektin zu überzeugen, zu unserer Veranstaltung zu kommen, Zilli Wiltschko. Sie ist neben ihrem Brotberuf der Architektur, im Brotberuf der Architektur, Prokuristin, Abteilungsleiterin der Wohnbauvereinigung für Privatangestellte und dort für Neuprojekte, für den Bau von Projekten zuständig, Geschäftsführerin einer Planungsgesellschaft. Und ich bin sicher, Sie haben sehr viel aus Ihrem Bereich und aus der Praxis zu berichten. Herzlich willkommen. Ja, jetzt wird es unweigerlich ein bisschen juristischer. Wir haben eine Person, die mir vorher gesagt hat, ich soll sie nicht unbedingt als Mietrechtsjuristin vorstellen. Jetzt habe ich es doch gemacht, einfach weil sie so viel Expertise mitbringen. Karin Ramser ist, ja, wie gesagt, Juristin, hat für eine Mieterinteressengemeinschaft, also eine NGO gearbeitet, dann für die Stadt Wien in ganz verschiedenen Funktionen, bevor sie 2017 Direktorin von Wiener wohnen wurde. Und der soziale Wohnbau und seine Bedeutung für Wien, jedem ist das bekannt, herzlich willkommen. Ja, es geht weiter im juristischen Bereich. Wir haben mit Markus Reithofer einen weiteren Juristen, der aber auch Immobilientreuhänder ist, geschäftsführender Gesellschafter einer Immobilienbewertungsgesellschaft. Ich habe ihn vor gar nicht allzu langer Zeit eigentlich kennengelernt und trotzdem waren wir jetzt in den letzten Monaten viel in Kontakt und ich kann Ihnen wirklich sagen, es ist einer der, aus meiner Sicht, innovativsten und kreativsten Köpfe aus der Praxis, wenn es darum geht, über solche Reformen und über solche Vorhaben nachzudenken. Ich freue mich sehr für Ihren Input. Herzlich willkommen. Ja, und last but by far not least, Hannes Stabenteiner, bis 2023 der Abteilungsleiter der zuständigen Abteilung im Justizministerium und damit der Mann im Wohnrecht. Man kann die Vorstellung eigentlich abkürzen, also man kann natürlich, muss natürlich ein bisschen was hinzufügen. Honorarprofessor an der JKU Linz, Autor zahlreicher Fachpublikationen, Vortragender, also wirklich all over the place, aber in Wirklichkeit, in der Nutshell muss man sagen, Niemand hat mehr Erfahrung und Expertise im Wohnrecht als er. Herzlich willkommen, Hannes. Gut, ich glaube, wir sind alle überzeugt, dass man sich ein besseres Podium nicht vorstellen kann und deswegen würde ich gleich in die Diskussion starten und würde Sie dann auch bitten, dass Sie durchaus aktiv uns zeigen, Sie wollen mitdiskutieren, wir erwarten Widerspruch, wir erwarten Zustimmung, wir erwarten Ergänzungen, also soll eine lebhafte Diskussionsveranstaltung sein. Dennoch, die ersten Fragen gehen natürlich ans Podium und da würde ich gerne mit Frau Fröch beginnen. Die erste Frage liegt eigentlich auf der Hand. Wir reden von der Herstellung von Klimafitness von Gebäuden und stellen uns das natürlich leicht vor, aber ich nehme mal an, in der Praxis ist das vor allem bei Bestandgebäuden durchaus schwierig. Welche Herausforderungen sind denn da so in der Wirklichkeit zu bewältigen? Ja, also die sind natürlich vielfältig und teilen sich, also guten Abend, Entschuldigung für meine Verspätung, aber zweimal resilient war ich nicht, einmal Zugverspätung geht, aber dass die U-Bahn dann auch noch, ich stecke, das war dann zu viel. Also die Herausforderungen sind natürlich mannigfaltig. Ich war gestern bei einem Vortrag, den die ZV veranstaltet hat, eben über das Thema, wie man bescheidener bauen kann und wie man in die Zukunft bauen kann. Und es gab einen ganz interessanten Vortrag von einem Professor an der ETH, der eben auch Projekte vorgestellt hat, wie er mit Bestandsgebäuden umgegangen ist und welche Herausforderungen das bietet. Und das sind natürlich, einerseits sind das technische, also hochbautechnische oder bautechnische Themen und das zweite große Herausforderung sind die haustechnischen Themen. Also ich sage immer, Hochbau ist relativ leicht, weil ich es ja selber mache, und weil was Haustechnik ist, wird immer komplizierter, weil man sich denkt, früher war das ja alles low key, heute haben wir ja viel, viel mehr Haustechnik, also die Kosten von Haustechnik sind ja insgesamt in Projekten um ein Vielfaches gestiegen, als was sie früher am Anteil eines Baubudgets war. Und man kann natürlich im Umbau, stößt man sehr oft auf Sachen, ich mache selber sehr viel Umbau in meinem Büro, auf Dinge, die man nicht vorhersehen konnte. Es gibt zwar Pläne und da steht was drinnen, aber dann kommt man darauf, das stimmt doch nicht und es ist doch nicht so gebaut worden. Und das sind einfach mannigfaltige Herausforderungen. Und ich habe selber jetzt eben ein Haus, auch in Wien haben wir sozusagen ein Gründerzeithaus, haben wir von Grund auf eben saniert, haben mit Wärmepumpe ausgestattet, weil der Fernwärmeanschluss so teuer gewesen wäre, dass das unleistbar ist. Also ein Mietshaus. Ein Mietshaus, ja. Also das ist ein Mietshaus. Und das ist vielleicht ein ganz gutes Beispiel, um zu sagen, woran sozusagen die Herausforderungen liegen und was die Probleme sind, warum wir auch nicht weiterkommen. Weil, ich meine, bei uns steht das nicht so drin, in Deutschland steht ja drinnen, das Eigentum verpflichtet. Also wer ein Eigentum besitzt, der hat auch eine Verantwortung der Gesellschaft gegenüber. So formulieren wir es bei uns nicht. Bei uns hier ist ja das Eigentumsrecht ein sehr stark verankertes Recht. Also da gibt es gar nichts, dass jemand eine Verantwortung hat. Also das finde ich ist auch richtig, wenn jemand einen Besitz hat, hat er Verantwortung. Aber es kann nicht so sein, dass er drei Generationen braucht oder das niemals zurückverdienen kann, weil die Investitionskosten so hoch sind. Also die Fernwärme war der Anschluss so teuer und selbst die Stadt Wien, der eine Förderstelle hatte, konnte uns da nicht helfen. Dann gibt es Häuser, wo die Fernwärme sagt, ich komme hier gar nicht hin, sie werden jene Fernwärme bekommen. Also da fängt es schon mal an. Gut, was mache ich dann? Gut, kann ich in die Erde bohren? Habe ich nicht einen großen Hof oder einen großen Garten, wo ich mit einem großen Gerät hinkommen kann? Kann ich keine Erdbohrung machen? Also ich kann nicht in die Tiefe gehen. Wasser kann ich in der Stadt fast nicht machen, weil das ist zu nahe, da brauche ich eine große Fläche. Also was bleibt über? Die Wärmepumpe. Wärmepumpe für ein Zinshaus zum Beispiel. Wenn ich das nicht komplett einpacke, brauche ich ziemlich starke Leistung, weil ich kann, wenn ich das mit Stuck habe, Innendämmung komplett, also da muss ich alles angreifen. Also das heißt, ich muss eine ziemlich große Wärmepumpe, wo stelle ich die hin? Da gibt es Schall, dann gibt es Thema 19 und so weiter. Also wo kriege ich den Strom her? Dann gibt es große Übergabestationen. Also es hat eigentlich geendet in einer, wo man teilweise Wohnungen sanieren wollte, in einer Komplettsanierung. Weil man muss dann Flächenheizungen machen, es geht an den Heizkörper nicht mehr, was bei der Fernwärme funktionieren würde, weil sie mit einer hohen Temperatur fällt. Also man sieht, das kommt dann eins zum anderen und am Ende steht man eigentlich vor einem Riesenberg, den man weder als Planer wirklich verhindern kann und als Planerin noch als Eigentümer, wenn man es jetzt fertig machen will und ordentlich machen will und etwas machen möchte, das eben auch Bestand hat und was zukunftssicher ist. Also wenn man das, sagen wir, enkeltauglich macht oder wie auch immer, dass die Enkel oder Kinder auch damit sein können. Also das ist so eine Problematik, wenn man jetzt das Zinshaus-Thema, wo es auch nicht einmal einen Zuschlag gibt für ein Haus. Also das heißt, es gibt keinen Lagezuschlag. In einer guten Lage versteht auch niemand, wo kommt der Lagezuschlag so genau in Wien her. Das wurde ja auch schon thematisiert. Also das sind so, was so jeden Tag so vorkommt. Und dann gibt es natürlich neuere Gebäude. Also gestern gab es in dem Vortrag zum Beispiel, das war ein Bürogebäude aus 2006 zum Beispiel, das man von einem Bürogebäude in ein Wohngebäude umgewandelt hat. Mit sehr interessanten Konzepten, was man da macht, man lässt halt, jetzt kommt ja dazu, dass wir ja mit der Kreislaufwirtschaft eigentlich auch weniger Leitungen in den Boden verlegen sollte. Man soll alle Sachen demontierbar machen, zerlegbar machen. Also das sind alles ganz starke Herausforderungen, die die Planer sehr fordern. Da gibt es ja nicht viel zu tun. Die uns auch deswegen fordern, weil die Industrie, also die Hersteller, ja ganz andere Interessen haben als wir. Also wenn wir das Wett reparieren wollen, dann wollen die lieber was Neues verkaufen. Also dass sie uns einen kleinen Bestandteil geben, den gibt es dann oft nicht mehr. Also man muss es dann eigentlich wegwerfen, weil man keinen Ersatzteil mehr hat. Und sozusagen stellt die Planerin vor viele verschiedenste Herausforderungen und eben die Auftraggeber, auch wenn sie motiviert sind, eben auch vor die Monetären, wo sie sich überlegen müssen, wie sie das auch finanzieren können. Sie haben die Verantwortung von Eigentümern angesprochen. Und das ist vielleicht das Stichwort, Sie haben es auf der Folie gesehen, wo wir stolz darauf sind, dass die Immobilien-Privatstiftung unsere Veranstaltung und ein Projekt, das ganz in diese Richtung geht, fördert. Der Vorstand, Herr Dr. Telser, ist auch da. Und ich darf vielleicht von den Bestandgebäuden zum Neuprojekt oder zu den neuen Projekten und damit zu Frau Wilschko kommen. Was sind denn die Möglichkeiten oder Herausforderungen bei neuen Projekten, mit denen Sie so konfrontiert sind? Ja, also ich spreche eher auch am liebsten über den großwohnungigen Neubau, weil wir hier einfach in der Wohnbauvereinigung sehr gute Erfahrungen auch in den letzten Jahren gemacht haben. Wir sind hauptsächlich für geförderten Wiener Wohnbau zuständig. Das heißt, wenn man in Wien gefördert bauen will, muss man sich gewissen Reglements unterwerfen. Das heißt auch, man muss ein Projekt aufsetzen, das nach den vier Säulen zu beurteilen ist, nach der Architektur, nach der Ökonomie, nach der Freiraumplanung und aber auch soziale Nachhaltigkeit. Also wir haben da sehr viele Ökologie, Freiraumplanung und auch die Haustechnik dann im weiteren Sinn. Und das wird sehr gleichgewichtet beurteilt. Also wir machen wirklich im geförderten Wohnbau aus meiner Sicht wirklich herzeigbare Pilotprojekte in vielen Bezirken in Wien. Und für mich bahnbrechend war 2018, war Bauträgerwettbewerb vom Wohnfonds ausgeschrieben. Also Wohnfonds ist ja in Wien zuständig für die Liegenschaftsbewirtschaftung oder Bereitstellung. Und das hat sich auch sehr bewährt, dass sie einfach Bauträgerwettbewerbe ausloben, wo großteils halt gemeinnützige Bauträger teilnehmen, weil es im geförderten Bereich doch, sage ich mal, Spielregeln gibt, die nicht für alle sehr einfach verständlich sind. Ich tue mich auch jedes Mal schwer, wenn das Datenblatt schon wieder überarbeitet wird. Und 2018 ist erstmalig aufgekommen beim Bauträgerwettbewerb, das hat auch immer ein Thema und ein Motto, die Nachhaltigkeit. Urban Heat Islands Vermeidung war da ein Riesenthemenpulk und auch in der sozialen Betrachtung die Alleinerziehenden. Also zwei große Themenschwerpunkte. Und wir haben damals bei zwei Projekten mitgemacht und die auch beide für uns gewinnen können. Das eine war in der Wolfganggasse und das andere war in der Käthe-Torschgasse. Und die Voraussetzungen in der Käthe-Torschgasse waren denkbar schlecht, weil es gab keinen Fernwärmeanschluss. Und ich war wirklich empört. Wie kam das ausloben? Da gibt es keine Energieversorgung und jetzt sollen wir uns ein Energiekonzept auch noch überlegen. Also was noch alles? Und im geförderten Wohnbau ist es immer schon so, also wenn man Fördermittel in Anspruch nimmt, darf man keine fossilen Energieträger verwenden. Also dieses Verbot gibt es, das unterscheidet uns jetzt auch vom freifinanzierten Wohnbau. Und eine Gasleitung wäre irgendwo in der Nähe gewesen, aber Fernwärmeanschluss halt weit und breit nicht. Abgesehen davon, dass man oft das Problem hat, wie die Frau Fröch vorher schon gesagt hat, horrende Kosten, zu denen man anschließt. Und ich sage auch für den Mieter ist es nicht unbedingt das günstigste Modell. Gut, also war der Wettbewerb so, dass wir uns auch ein Energiekonzept überlegen mussten. Das ist, weil es einfach ein sehr großes Areal war. Also wir sprechen hier von circa 400 Wohnungen. Tolle Sache, weil wir haben Tiefensondierungen, Tiefenbohrungen gemacht. Das ist einfach sehr gut alles ausgegangen. Schön unter den Baukörpern versteckt, unter dem Garagengeschoss, PV-Anlagen am Dach, einen Wärmetauscher ab Wasser-Wärmerückgewinnung. Das war auch eines der ersten Projekte, wo das umgesetzt wurde. Also dass man auch das ganze Brauchwasser nutzt, also das nicht warm in den Kanal einleitet, sondern die Wärme schon mit Plattentauschern vorher abfängt und in einen Kreislauf ins Haus einspeist, funktioniert großartig. Also die ersten Schwierigkeiten gab es noch, wie das noch nicht in Schwung war in der ersten Woche nach Bezug, aber das funktioniert tadellos. Und durch die Erdsonden hat man ja auch die Vorgabe, ich entziehe nicht nur Wärme aus dem Boden, ich muss die Sonde ja auch wieder, oder das Feld muss ich wieder regenerieren. Das heißt, ich muss im Sommer wieder Wärme hineinspeisen, damit das wieder gesättigt ist und ich im Winter das wieder entziehen kann. Und durch diesen Effekt haben wir das sogenannte Free-Cooling. Und das Free-Cooling ist jetzt keine Klimaanlage, sondern eine klimaneutrale Kühlung, die über das Medium, und wir haben die Decke gewählt, im Winter heizt und im Sommer temperiert. Ich sage jetzt nicht kühlen, aber es temperiert. Noch kommt dazu, dass im Neubau einfach die Dämmstärken und die Gebäudedichtigkeit so hoch ist, dass man wirklich im Niedrigstenergie-Standard ist. Also ich bin nicht Passivhaus, das wäre noch eine Etappe stärker, aber ich bin im Niedrigstenergie-Sektor. Und das ist wirklich beeindruckend, wie wenig die Leute heizen müssen und wie wenig sie sich im Sommer über eine Überwärmung beklagen. Und ich war jetzt auch, das ist eben vor eineinhalb Jahren schon übergeben worden. Also wir hatten schon einen sehr heißen Sommer und eine ganz große Zufriedenheit. Das war ein wirklich tolles Projekt für uns, weil wir sehr viel daraus gelernt haben. Aber auch, was Katharina Fröch vorher schon gesagt hat, ich habe keine normale Haustechnik mehr, das sind Anlagen. Also wirklich, das sind Riesenräume. Ich brauche einen Facility Manager dafür. Das steigert natürlich wiederum Betriebskosten. Das muss der Mieter dann auch mitzahlen. Aber all along und auch jetzt mit diesen gestiegenen Energiekosten und Preisen ist es ein Hauptgewinn. Und ich kann mir im Moment eigentlich kein Projekt vorstellen im Neubau, das wir nicht versuchen, mit einer eigenständigen Energieversorgung umzusetzen. Und da haben wir natürlich Möglichkeiten, die ich im Bestand nicht habe. Also dieses, wo darf ich meine Sonden platzieren? Es gibt Ausnahmegenehmigungen, dass man vielleicht den öffentlichen Raum dafür verwenden kann. Das geht aber auch nicht überall, weil da gibt es einfach schon Einbauten im Straßenraum, die das verhindern. Die Abstimmungen sind langwierig. Und ich glaube, in der Rolle als Bauträger und Entwickler können wir das in einem viel größeren Maßstab machen und da wesentlich wirklich zum Erreichen der Klimaziele beitragen. Und man sieht es auch, wir haben sehr viele Auszeichnungen bekommen schon für das Projekt. Ich hoffe, dass jetzt im Juni noch zwei weitere kommen. Und es ist wirklich toll. Aber es ändert sich halt sukzessive. Also die Verpflichtung der PV-Anlagen am Tag, also der PV-Anlagen war früher nur für Bürogebäude, hat sich jetzt mit der Bautungsnovelle auch auf dem Wohnbau ausgedehnt. Das ist natürlich eine feine Idee, nur wenn die Dachfläche begrenzt ist und ich soll dort auch ein Gemeinschaftsangebot schaffen, weil meistens ist auch die Freiraumfläche im Erdgeschoss nicht ausreichend. Und auch aus dem Titel der sozialen Nachhaltigkeit soll auch am Dach was passieren. Also da haben wir schon gewisse Konfliktzonen. Begrün soll das Dach auch noch sein, also PV und Grün. Da gibt es unterschiedliche Meinungen. Die einen sagen, das wächst besser, die anderen sagen, das geht gar nicht. Ja, und ein spannendes Thema noch, das möchte ich auch unbedingt einwerfen. Auch wenn wir die Möglichkeit haben, größere PV-Anlagen zu machen, als wir selber brauchen für das Gebäude, gibt es ein riesenrechtliches Thema, dass wir den Überschuss eigentlich nicht einspeisen. Also wir wären Energieversorger und da bräuchten wir als Gemeinnützige eine Ausnahmegenehmigung. Also da habe ich schon von Kollegen gehört, sie haben es zwar gebaut, aber nie in Betrieb genommen. Und das ist eigentlich in Zeiten wie diesen auch ein Wahnsinn. Eigentlich auch kontraintuitiv. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich habe schon insofern etwas mitgenommen von der Veranstaltung, als ich ein neues Wort gelernt habe, Free Cooling. Ich hätte es nicht im Wohnrecht eingeordnet, aber jetzt weiß ich es. Klingt sehr geschmeidig, Free Cooling. Klingt gut, ja. Klingt eher nach Abendunterhaltung, aber ja. Frau Ramser, wir haben jetzt schon einiges über den sozialen Aspekt des Wohnens und des Wohnbaus gehört. Sie sind da natürlich ganz an der Quelle. Was ist aus Ihrer Sicht zu ergänzen? Welche Herausforderungen gibt es? Also ich gebe einmal recht, wir haben ja beides Neubau und Bestand. Und Bestand ist sicher das Herausforderndere noch als der Neubau. Aus technischer Sicht, Sie haben es schon gesagt, in Wirklichkeit bei einer Wärmepumpe ist die Flächenheizung das Mittel der Wahl, um es auch garantieren zu können, dass es dann warm wird im Winter. Das ist alles im Bestand deutlich schwieriger. Wir haben sicherlich in Wien die großartige Situation, dass wir so viel sozialen Wohnbau haben. Damit nicht Verhältnisse haben, wie in München, Paris, London, wo es sich die Mittelschicht nicht mehr leisten kann, in der Stadt zu wohnen. Und haben daher auch durch das große Angebot sicher im sozialen Wohnbau bis weit in die Mittelschicht hinein, die Mieter und Mieterinnen. Aber wir haben dennoch immer das Thema, dass die Leistbarkeit dieser Umstellung, nämlich für die Mieter und Mieterinnen, bei uns ein großes Thema ist. Und das Billigste ist zurzeit Gas. Und wie es ja schon auch von Ihnen besprochen wurde, sind wir auf die Freiwilligkeit derzeit noch der Mieter und Mieterinnen angewiesen, wenn wir umstellen wollen, von der fossilen Versorgung auf alternative Energieträger. Und das bedeutet einen massiven Eingriff in die Wohnungen, also in den Bestand, damit es nachher teurer ist. Das heißt, es gibt keinen Anreiz zu sagen, mach doch mit, dafür zahlst du dann weniger fürs Heizen. Sondern man muss sagen, lass uns deine Wohnung aufreißen und nachher zahlst du mehr. Das ist das, woran wir im Moment sehr kiefeln. Und warum wir auch, wenn Fernwärme, selbst wenn Fernwärme schon im Haus ist, so irgendwo bei 20, 30 Prozent Anschlusswilligen herumgrundeln, was viel zu wenig ist. Weil Fernwärme sagt, sie brauchen 80 Prozent, damit diese Allgemeinkosten, Wärmeverlust und so weiter irgendwie noch vertretbar sind. Ja, das ist, also diese Freiwilligkeit, diese mangelnde Duldungsverpflichtung und die Situation der Kosten sind im Moment für uns das größte Problem. Neben allen technischen Herausforderungen, die ich alle unterschreiben kann. Das klingt sehr nachvollziehbar. Herr Reithover, Sie sind ja auch im Vorstand des ÖVI, Verband der österreichischen Immobilienwirtschaft. Wir haben jetzt gehört, was es für Herausforderungen bei konkreten Gebäuden gibt. Sie haben sicher einige Zahlen, Daten, Fakten, österreichweit parat, die zeigen, wie dramatisch die Situation ist. Ja, da muss ich auch zu einem Schummelzettel greifen. Ganz parat habe ich sie auch nicht. Die Statistik Austria hat Zahlen wieder veröffentlicht im Bericht für 2023. Und ich habe versucht, jene Elemente herauszupicken, die auch das Thema berühren, um da jetzt nicht mit Zahlen zu überladen. Auf der einen Seite Energiekosten sind rund 24 Prozent der gesamten Wohnkosten. Die Wohnkosten auf der anderen Seite sind rund 27 Prozent des Haushaltseinkommens, dass man da auch ein Gefühl dazu bekommt. Und vier Prozent des Haushaltseinkommens entfallen wieder auf Energiekosten. Das ist die Belastung, die es durchschnittlich in Österreich, also jetzt nicht aufs Bundesland bezogen Wien, die Österreicherinnen und Österreicher trifft. Wie lebt der österreichische Bürger? Hauptsächlich im Ein- und Zweifamilienhaus. Das sind 43 Prozent der Hauptwohnsitzwohnungen. Und in Wien ist natürlich das Bild ein anderes. Wir sind im dicht verbauten Gebiet und es sind rund 80 Prozent Leben in Gebäuden mit mehr als zehn Wohnungen. Bei den Haushaltsgrößen geht es um das Thema auch der Leistbarkeit. Wie kann man sich auch solche Umstellungen leisten? Weil wir natürlich immer im Spagat sind auf der einen Seite leistbares Wohnen. Wir haben Nutzeransprüche, die sich auch im Laufe der Zeit massiv verändert haben. Ein einfaches Beispiel, eine Wohnung heutzutage ohne Küche zu vermieten, ist eher schwierig. Das war vor einigen Jahren noch ein anderes Bild. Eine Wohnung, die vielleicht schon etwas in die Jahre gekommen ist, wieder neu zu vermieten, ist detto schwierig. Also wenn nicht die Oberflächen auch einen gewissen Standard haben, sind eigentlich solche Objekte heutzutage auch schon schwer, wieder auf dem Mietmarkt zu platzieren. Und bei den Haushaltsgrößen, ja, das ist einfach ein Trend, der sich immer weiter fortsetzt. Es sind rund 2,18 Personen pro Haushalt und die Ein-Personen-Haushalte, die zunehmen, liegen derzeit bei 38 Prozent. Und wenn man dann wieder überlegt, gerade Ein-Personen-Haushalt, wie es auch eine Leistbarkeit gibt, weil das ja auch mit umfasst, das Wohnungseigentum oder auch Ein- und Zweifamilienhäuser, dann ist natürlich das eine entsprechende Belastung, die sich auch weiter fortsetzt, nämlich bei Wohnnutzflächen, die noch im 95er Jahr bei rund 87 Quadratmeter gelegen sind. Und jetzt sind wir bei über 100 Quadratmeter pro Wohnung. Bei den Heizungsarten, und das hat mich eigentlich recht überrascht, wobei in manchen Bereichen muss man es auch wieder ein bisschen grad richten, die Fernwärme in Österreich hat sich mit rund 28 Prozent der Haupt- und Sitzwohnungen schon durchgesetzt. Hauszentralheizungen, und da muss man natürlich aufpassen, da sind natürlich in der Zählung auch die Ein- und Zweifamilienhäuser dabei, liegt bei rund 53 Prozent. Etagen und Wohnungszentralheizungen, das ist die typische Gastherme, bei rund 13 Prozent und Wohnungen ohne Heizung, beziehungsweise nur Einzelraumheizungen, also ein typischer Gaskonvektorofen, Ölofen oder noch ein Kohlekoksofen bei rund 6 Prozent. Die überspringe ich, aber eine möchte ich noch nennen. Wir verbringen rund 73 Prozent unserer Zeit in Wohnungen und vor allem zu Hause. Und somit sich diesen Bereich irgendwo nett und freundlich zu gestalten, ist doch wesentlich und wichtig. Was mich ein bisschen erschreckt hat, die Statistik geht dann am Wochenende, sind wir 76 Prozent unserer Zeit zu Hause. Das fühlt mich eher ein bisschen traurig. Also, die Leute sollen wieder mehr rausgehen. Also, ich dachte, sie sollen mehr arbeiten. Das ist eigentlich etwas, was ich nicht bringen wollte, weil das gerade angeschnitten wurde. Es ist natürlich vom Säugling bis zum Kreis in dieser Statistik mit den Personen enthalten. Schlafen ist mit 8 Stunden und 50 Minuten doch sehr zeiterfüllend. Die Freizeit liegt bei 5 Stunden 35. Die Erwerbstätigkeit, aber wie gesagt, vom Säugling bis zum Kreis, bei 2 Stunden 53. Und die Aus- und Weit- und Bildung, natürlich die Studierenden hier im Saal jetzt ausgenommen, bei rund 40 Minuten. Sind da auch Säuglinge dabei? Da sind auch Säuglinge dabei, natürlich. Die lernen aber sehr viel. Die lernen nicht permanent. Da ist die Statistik etwas hinkend. Ja, also das sind sehr erhellende Zahlen und in Wirklichkeit, Hannes, das Feld ist aufbereitet. Ich meine, wir haben ja schon vieles gehört, was wir als paradox bezeichnet haben oder als reformbedürftig oder wo wir uns gewundert haben, sowohl im Wohnungseigentumsrecht als auch im Mietrecht, bei Altbauten, bei neuen Projekten. Wo siehst du die größten Herausforderungen und vor allem auch die Möglichkeiten, realistisch anzusetzen? Wenn man den sogenannten Bestand sich ansieht, und ich muss gleich eine Parenthese anbringen, unter Bestand verstehe ich jetzt den architektonischen Begriff, nämlich bereits bestehende Gebäude. Der Jurist denkt dabei Bestand an etwas anderes, nämlich an Miet- und Pachtverträge. Also wenn man sich den Bestand und damit bestehende Gebäude ansieht, dann liegt hier natürlich schon eine erhebliche Problemlage vor und gibt es tatsächlich etliche, auch wohnrechtliche Hürden, die sich einer Dekarbonisierung entgegenstellen. Das Problem oder die Thematik ist sehr komplex und vielfältig und gerade deshalb ist es auch notwendig, sich auch in wohnrechtlicher Hinsicht dieser Thematik mit großer Umsicht zuzuwenden. Wir haben ja schon einmal, das ist noch gar nicht lange her, wenn ich so sagen darf, einen Brachialversuch erlebt, nämlich einen Gesetzentwurf, ich darf das so sagen, des Klimaministeriums, das sogenannte Erneuerbare-Wärme-Gesetz. Wenn dieser Gesetzentwurf hätte mit öffentlich-rechtlichen Vorgaben geboten, bestehende Gebäude nach einem bestimmten Zeitplan auf nicht fossile Energieträger umzustellen. Klingt gut. Hätte in die Katastrophe geführt, wenn dieses Gesetz Gesetz geworden, dieser Entwurf Gesetz geworden wäre. Es gibt tatsächlich ein EWG, das dann beschlossen wurde, heißt gleich, regelt aber was völlig anderes, nämlich nur noch neue Gebäude. Dass dieser alte Entwurf eines Erneuerbare-Wärme-Gesetzes gescheitert ist, liegt eben genau daran, dass man sich den vielfältigen Problemlagen nicht mit der notwendigen Kenntnis, nicht mit der notwendigen Sorgsamkeit zugewendet hat, in diesem Gesetzentwurf. Seit Oktober des Vorjahres gibt es im Justizministerium ein Projekt, ein Gesetzgebungsprojekt, in dem im Rahmen einer Arbeitsgruppe ein neuer, ein anderer Gesetzentwurf vorbereitet werden soll, der zum Ziel hat, die wichtigsten wohnrechtlichen Hürden gegen klimafreundliche Maßnahmen bei bestehenden Gebäuden zu beseitigen. Es ist dieses Gesetzgebungsprojekt noch nicht als ein sozusagen Leuchtturmprojekt zu verstehen, das jetzt bereits alle Probleme lösen wird, sondern es ist am Ende dieser Legislaturperiode der Versuch, noch einen ersten wichtigen Schritt zu setzen. Und worum geht es bei diesem Versuch? Es geht einerseits um Klarstellungen, um Klarstellungen zum heute bereits geltenden Recht und es geht andererseits da und dort um gewisse Erleichterungen. Ich möchte das in der gebotenen Kürze erklären. Etwa im Wohnungseigentumsrecht gilt es, verschiedene Fragen zu klären und zwar durchaus auf Basis der heutigen Rechtslage zu klären. Der Herr Vizerektor hat in seinem Einleitungsstatement gesagt, dazu brauchen wir die Einstimmigkeit. Was würde man als Wohnrechtler dazu sagen? Man würde die typische Antwort geben, die ein Wohnrechtler auf alle Fragen zunächst mal geben muss, nämlich es kommt drauf an. Ob tatsächlich Einstimmigkeit erforderlich ist, hängt nämlich davon ab, ob es in diesem Gebäude, was offenbar nicht der Fall ist, bereits Leitungen, bereits eine zentrale Wärmeversorgungsanlage gibt, gäbe es bereits eine zentrale Wärmeversorgungsanlage, die beispielsweise mit Öl und Ähnlichem betrieben wird, dann wäre es durchaus im Rahmen einer normalen Beschlussfassung möglich, zu entscheiden, dass man eben diese zentrale Wärmeversorgungsanlage künftig nicht mit fossilen Energieträgern, sondern beispielsweise mit einer Erdwärmepumpe, wo möglich, vielleicht in Kombination auch mit verschiedenen Photovoltaikanlagen betreibt. Wenn man natürlich, aber keine Sorge, ich höre dann schon auf mit diesen Erklärungen, wenn man aber natürlich autoritativ in die einzelnen Wohnungen hinein will, wenn man nicht nur die Leitungen verlegen, sondern auch die anderen Wohnungseigentümer dazu zwingen will, zwingen unter Anführungszeichen, sich an diese neue Anlage anzuschließen, dann wird es nicht ohne das Einverständnis aller gehen. Denkbar wären natürlich Mischformen, dass man zunächst mal beschließt, eine gemeinsame Wärmeversorgungsanlage zu errichten, bis hin zu den Wohnungseingängen und es dann dem Willen der einzelnen Wohnungseigentümer überlässt, ob sie sich tatsächlich anschließen oder nicht. Das ist dann denkbar, wenn sich bereits eine sehr hohe Zustimmungsquote herausstellt. Also wenn man bei 32 Wohnungseigentümern nur mit ein oder zwei Widerstrebenden zu kämpfen hat, dann wäre auch eine solche Mischform möglich. Aber ich kehre wieder zurück. Worum geht es? Es geht also einerseits darum, gewisse Dinge im geltenden Recht klarzustellen, vielleicht auch gewisse Zwischenformen zu finden bei der Beschlussfassung und es geht im Mietrecht vor allem auch darum, Frau Ramser hat das schon angesprochen, es geht vor allem um die Frage der Duldungspflichten. müssen Mieter bestimmte Maßnahmen im Inneren ihrer Wohnung bei aufrechtem Mietverhältnis dulden. Hier wird der Gesetzgeber wohl auch mit veritablen Änderungen gegenüber der bisherigen Rechtslage vorgehen müssen, wenn man einen Schritt weiterkommen will. Das ist jetzt sozusagen das Programm, das derzeit bearbeitet wird, wie weit man mit den einzelnen Programmpunkten oder wie sehr man sich mit den einzelnen Programmpunkten bereits vor den Vorhang wagt, wird noch zu entscheiden sein. Wir haben nächste Woche die letzte und wahrscheinlich bis auf weiteres abschließende Arbeitsgruppensitzung. Es wird sich dann, wir werden dann der Politik einen Gesetzentwurf vorlegen, der an sich beschlussreif wäre, ob es dann noch ein Begutachtungsverfahren im Rahmen oder über einen noch zu erarbeitenden Ministerialentwurf geben wird oder ob man das allenfalls als Initiativantrag noch gleich im Sommer vor Ablauf der Legislaturperiode in den Gesetzwerdungsprozess einbringt, wird sich weisen. Die Zeit drängt, wenn man es in dieser Legislaturperiode noch umsetzen möchte. Ich bin eigentlich relativ optimistisch, dass es zu diesem ersten, aber wichtigen Schritt noch kommen wird. Es werden diesem ersten Schritt in der kommenden Legislaturperiode sicherlich noch weitere folgen müssen. Die 28. Gesetzgebungsperiode wird ja aus den unterschiedlichsten Gründen eine spannende. Wie wird sich wohl eine kommende Bundesregierung zusammensetzen? Welches Programm wird sie sich geben? Und gewiss bleibt es auch im Wohnrecht spannend und ganz sicherlich auch im Zusammenhang mit der Dekarbonisierung? Eigentlich, ja vielen Dank. Eigentlich wäre ja für eine türkis-grüne Regierung die Möglichkeit, Investitionen zu fördern, um Klimafitness herbeizuführen, aufgelegt gewesen. Muss man auf den ersten Blick von außen sagen. Was glaubst du, waren so die politischen Haupthindernisse? War es die Corona-Pandemie, die zu Verzögerungen geführt hat und auf der das Hauptaugenmerk lag? Oder war es tatsächlich, du hast das angedeutet, der falsche Weg, den man gegangen ist mit den öffentlichen Förderungen und der zwangsweisen Verpflichtung aus rein öffentlich-rechtlicher Perspektive? Was waren so die Hauptgründe? Ich glaube, dass man sehen muss, dass es ein Riesending ist, eine Riesenherausforderung, die vor uns steht. Und zwar schon einmal technisch, das wurde schon angesprochen. Es sind aber auch rechtlich wirklich große Hürden zu bewältigen. Ich würde nicht kritisieren, wie unser Eigentumsrecht und auch unser Eigentumsgrundrecht konzipiert ist. Es ist halt nun mal aus guten Gründen rechtlich nicht so ohne weiteres möglich, dem einzelnen Wohnungseigentümer zu diktieren, aufzuoktroyieren, jetzt seine Gastärme, die er möglicherweise erst vor einem Jahr erneuert hat. Jetzt eine neue Brennwertdärme anstatt der bisherigen Technik. Also es ist nicht so ohne weiteres möglich und aus guten Gründen nicht möglich, den Wohnungseigentümern einfach aufzuoktroyieren, jetzt hier diesen Schritt setzen zu müssen. Also die Problemlage ist komplex und vielfältig. Und ich wiederhole es, man muss dieser Problematik mit Umsicht begegnen. Weil man eben sonst scheitert, weil es eben sonst unter Umständen auch Finanzierungsprobleme gibt, die für die einzelnen Wohnungseigentümergemeinschaften unlösbar sind. Also, dass es nicht in der Vergangenheit schon, dass in der Vergangenheit nicht schon sozusagen praktikable Lösungen für alle auf den Tisch gelegt wurden, hängt schlicht und einfach daran, dass die Ausgangslagen, schon die technischen Ausgangslagen und damit auch die rechtlichen so vielfältig sind und man für die jeweilige Ausgangslage auch eine maßgeschneiderte rechtliche Lösungsmöglichkeit anbieten muss. Wie gesagt, leichter tut man sich in all jenen Fällen, in denen es schon bisher eine zentrale Wärme, eine gemeinschaftliche Wärmeversorgung gab. Schwierig wird es, wenn man das in einem Haus erst etablieren muss und sozusagen diese Gemeinschaftlichkeit in der Energieversorgung erst ganz neu auf die Beine stellen muss. Ja, und wie du sagst, unter Wohnrecht wird eben so als ein Begriff in Wahrheit etwas verstanden, was zwei verschiedene Baustellen sind. Und du hast es ja schon angesprochen, es ist einfach die Koordination von Wohnungseigentümern mit anderen Problemen, auch anderen Regelungsthemen verbunden, als die soziale Frage des Mietrechts, wo natürlich ganz andere Aspekte auch eine Rolle spielen. Und vielleicht gerade zu diesen Aspekten im Mietrecht, du hast die Duldungspflichten angesprochen, also um dem Problem zu entgegnen, dass man eigentlich auch nicht kann, wenn man möchte, gegen den Willen des anderen Vertragspartners, geht ja in beide Richtungen. Bei der thermischen Sanierung von Häusern, also Wärmedämmungen, da habe ich gelernt, funktioniert es. Das heißt, das kann der Vermieter an sich durchsetzen, nur, wie gesagt, der wird es wahrscheinlich nicht machen, wenn er nicht dafür irgendeine Form von höheren Mietzins oder irgendeine Form von Anreiz bekommt. Und ist das Reformprojekt auch in diese Richtung ausgerichtet? Natürlich. Also, ich muss um Verzeihung bitten, wenn es jetzt ganz kurz dann doch ziemlich juristisch wird. Diese thermischen Verbesserungen eines Gebäudes sind in der mitrechtlichen Terminologie sogenannte fiktive Erhaltungsarbeiten. Es sind keine echten Erhaltungsarbeiten, weil da ist ja nichts kaputt geworden, was man erhalten müsste, sondern es sind eigentlich Verbesserungsarbeiten. Sie werden aber mietrechtlich wie Erhaltungsarbeiten behandelt und das hat verschiedene Effekte. Zum Beispiel hat es eben den Effekt dieser Duldungspflicht. Und das ist ein sehr schönes Beispiel. In den Diskussionen darüber, nun auch die Änderung der Wärmeversorgung als fiktive Erhaltungsarbeit zu definieren, taucht natürlich dann sofort eine Frage auf, die eine ganz alte Frage im Mietrecht ist, nämlich wer zahlt. Und wird möglicherweise für die Investition, die da, und das sind natürlich ordentliche Investitionssummen, was weiß man, wie es eben, auch das wurde angesprochen, wie es in den kommenden Legislaturperioden mit Förderungsmitteln und so weiter aussieht. Also es mag schon sein, dass man da auch tief in die Tasche greifen muss und da stellt sich natürlich sofort die Verteilungsfrage, sind es da möglicherweise die Mieter, die dann über ein sogenanntes §18-MRG-Mieterhöhungsverfahren mit einer unter Umständen sogar exorbitanten Steigerung ihres Mietzinses konfrontiert sind. Wir kennen das aus anderen Zusammenhängen, dass manchmal solche §18-Mieterhöhungsverfahren schlicht und einfach dazu führen, dass Mieterinnen und Mieter sich ihre Mietwohnung nicht mehr leisten können und sie dann verlassen müssen. Ich nenne dieses Beispiel nur, weil man daran sehr schön illustrieren kann, dass man bei allem Verständnis für die Problematik und bei aller Werf diese Problematik zu lösen, man diese alten mietrechtlichen Fragen nicht einfach beiseite schieben kann, sondern man muss sie, und das ist eben das Schwierige, man muss sie gleichsam einen Schritt mitlösen und damit etwas tun, was in den vergangenen oder worauf wir eigentlich seit 30 Jahren schon warten, nämlich spätestens seit dem dritten Wohnrechtseindigungsgesetz 1994. Gerade mit Blick auf die soziale Verantwortung, die mit dem Eigentum auch einhergeht oder einhergehen sollte, kann man natürlich auch sagen, da sind die Vermieter im Mietengeschützenbereich natürlich schon sehr weitgehend in der Pflicht. Wie würden Sie das aus der Perspektive der sozialen Verantwortung sehen? Meinten Sie, dass man mehr in Richtung Klimafitness unabhängig vom Mietrecht, also auch im Wohnungseigentumsrecht denken sollte? Ich war auch zweimal bei einem runden Tisch, wo sozusagen die sozialen Wohnbauträger gesessen sind, die ja sozusagen vor der Herausforderung sitzen, dass sie in neuen Gebäuden sehr viel einbauen müssen und die Mieten dann so hoch werden, dass sie eigentlich dann schon schwer sozial verträglich sind und dass sie nämlich Bestandsgebäude haben, wo sie auch gezwungen sind, also sozusagen durch die Förderungen, dass sie dort auch was tun. Aber Sie haben, was haben Sie mir erklärt, da kenne ich mich jetzt zu wenig aus, gebe ich ehrlich auf zu, dass Sie eigentlich auch keinen Anreiz haben oder wie Sie es finanzieren können, weil Sie können es nicht von den Mietern zurückverlangen, Sie bekommen aber auch keinen Benefit und darum steht das Ganze. Wiederum auf einem anderen Vortrag hört man an, dass der andere Wohnbauträger, der macht das ganz super, der macht durch die Rauchfänge die Kleinwärmepumpen, die setzt er in die Dächer rein, die er meistens noch hat, also wenn er nicht den Flachdach hat und versorgt das und so versorgt so Stränge mit relativ wenig Aufwand. Also es gibt sozusagen viele Dinge. Was ich gemeint habe mit der sozusagen Verantwortung ist, weniger jetzt den sozialen Wohnbau, weil ich glaube, da wird wahnsinnig viel bei uns gemacht, da sind wir eh auf einem super Weg. Aber es gibt natürlich alles, was freier Wohnbau ist oder wenn man sich in der Immobilienwirtschaft bewegt und natürlich jeder Planer hat mit der Immobilienwirtschaft zu tun, obwohl ich manchmal das Gefühl habe, wir kommen dort nicht vor, weil wir eigentlich dort nie geladen sind. Also sozusagen das sind zwei Welten. Und wenn man dann eben sieht, wie das berechnet wird und das wird immer kürzer, wann man es wieder zurückverdient und eigentlich auch in dem ganzen Bauträgergesetz sehe ich schon auch ein Thema, also aus dem eigenen Umfeld, wo sozusagen Leute Wohnungen von kleinen Bauträgern kaufen, die kaufen sich einen Dachboden, machen dort drei Wohnungen, machen eine Gesellschaft, verschwinden nachher. Also das heißt, viel gibt es da nicht mehr, also ich kann mich ja dann auch nicht mehr regressieren. Und die halt versuchen, schnell viel Geld zu machen. Also diese Goldgräbermentalität, die der Immobilienbranche in den letzten Jahren schon sehr angehaftet ist. Das heißt, man hört an Zahlen, es muss immer schneller verdient werden und es gab halt irrsinnig viele Glücksritter. Durch diese Zinserhöhung ist natürlich das ziemlich bereinigt worden, weil alle, die wirkliche Glücksritter waren, sind gestolpert. Die, die es ehrlich betreiben oder eine längere Zeit dahinter haben, bis sich ein Haus rechnet, also wie man es klassisch gerechnet hat, denen fällt es eh weniger am Kopf. Aber wenn man sagt, ich habe jetzt, ich mache so viel, dass die Preise auch so wahnsinnig gestiegen. Also auch frei finanziert muss man es sich leisten können. Auch jemand, der sich eine Eigentumswohnung leisten kann, ist ja deswegen nicht reich, sondern es gibt ja auch sozialen Wohnbau, den ich mir ja dann mit einer Erwerbung machen kann. Deswegen muss ich es ja noch immer nicht reich sein oder wohlhabend sein. Also wir haben ja in Österreich das Problem, dass es immer weniger sich ein Eigentum leisten können, dass immer mehr Mieter haben. Also deswegen, das habe ich gemeint mit der sozialen Verantwortung, dass es eben nicht, weil Wohnen ist einfach ein Grundbedürfnis und ich glaube, dass die Gesellschaft, also dass wir als Gesellschaft dann weiterkommen, wenn es eine Grundzufriedenheit gibt und wenn die Leute sicher wohnen können oder auch wissen, dass sie es sich leisten können, dann, dass sie in einer ganz adäquaten Wohnung wohnen, es muss keine Luxuswohnung sein, dass man sozusagen auch weiterkommt und dass sie auch offen sind für Erneuerungsmaßnahmen. Weil die Fernwärme noch gefallen ist, will ich noch kurz sagen. Das Thema ist, die Fernwärme hat ein Monopol. Ich kann mir jetzt aussuchen, wenn ich welchen Energie, wenn ich Gas oder Strom habe, kann ich sagen, ja, der ist jetzt günstiger, ich wechsle. Das kann ich bei der Fernwärme noch nicht. Und solange es kein ähnliches Regulatorium gibt, wenn die Leute auch nicht umsteigen, nicht, weil er jetzt bösartig ist, sondern er sagt, ich kann es mir nicht leisten, weil er in diesen Altbauhäusern ja viele alte Mieter wohnen. Also sozusagen, die sind oft Pensionisten, wie soll er sich das leisten? Und zweitens, das ist sozusagen unsere Gesellschaft, interessiert es sich auch nicht. Er sagt, in zehn Jahren bin ich eh tot. Also das meine ich wurscht, weil in zehn Jahren ist halt dann das Verpflichten, bis dahin bin ich, soll es der Nächste machen. Also ich habe selber, mein Haus ist ein Bestandshaus, ein Gründerzeithaus in der Stadt. Der Eigentümer ist ein institutioneller Eigentümer, der hat sich zum Ziel gesetzt, alle seine Häuser nahe, also weil es kommt ja irgendwann der Green Deal und das ISG muss ja seinen Nachhaltigkeitsbericht schreiben. Das heißt, er muss jetzt anfangen, weil er kann das nicht in Nullzeit machen. Also er macht das jetzt, er leitet auf seine Kosten die Fernwärme ein, fragt die Mieter, wer will sich beteiligen? Und der Großteil sagt, nein, ich habe ja gesagt, weil ich, weil gut, wir sind, bin vom Fach und einem Zweiter im Haus auch, der sagt, ja, wir haben keine andere Möglichkeit, das ist für unsere Gesellschaft wichtig. Aber nicht jeder denkt so. Und wir reden ja alles, wir sind uns fachlich alle einig und wir gehen zur Veranstaltung und sagen, es gibt Probleme, aber wir müssen versuchen, die das sich auch ein bisschen auskennen, die anderen mitzuziehen. Also wenn jetzt vorher gefallen ist, wir haben 53 Prozent Einfamilienhäuser, die sind ja davon noch gar nicht befasst. Also dem muss ich ja noch mehr dazu bringen, dass er das freiwillig hat und auch, was wir gewinnen. Also was gewinnt man, wenn man das macht? Und das ist eigentlich immer so ein bisschen alles aus Strafe. Und das, glaube ich, wäre ein wichtiger Punkt, dass wir es viel positiver sehen und dass wir schauen, was für, und auch herausstreichen, was für Benefits hat man eigentlich davon. Also was ist der Vorteil? Wenn ich jetzt nicht so einen großen Wohnraum habe, was habe ich für andere Benefits? Also, weil wir auch über gesprochen haben, wir Wohnungsgrößen, nicht? Also ich muss mir ja auch eine Wohnung leisten können. Und wenn ich jetzt sage, ich habe einen kleineren privaten Wohnraum, dafür habe ich super Gemeinschaftsräume, die von einer Gemeinschaft getragen werden, dann habe ich da ganz andere Möglichkeiten. Und das sind so Konzepte, wo wir uns auch an der Nase nehmen müssen und versuchen müssen, die anderen, die sozusagen auch ein bisschen zu begeistern dafür. Ich glaube, es wäre ein guter Zeitpunkt um Fragen aus dem Publikum. Wir haben ja viele Vertreterinnen und Vertreter aus der Anwaltei, aus der Immobilienpraxis, aus dem Politiknahenbereich. Herr Witzerektor, ich hoffe, Sie haben was mitnehmen können für Ihre Wohnung. Vielen Dank, dass Sie da waren. Ja, gibt es Fragen ans Podium? So hochklassig hat man selten. Bitte. Es gibt Mikrofone. Bitte warten Sie nur kurz. Was ich ja gut finde, ich sehe viele junge Leute. Ich war gestern auf einem Vortrag, da hat der Professor gehalten, das ist von der ZV, das waren sehr viele, viel Ältere. Also ich finde, genau, das ist mir positiv. Das hat wahrscheinlich auch mit dieser Institution zu tun, weil es in der Universität ist. Ja, mich würde interessieren, wir haben schon ein bisschen über Maßnahmen im MRG gesprochen, Duldungspflicht durchsetzen, vielleicht auch die Weitergabe der Kosten an die Mieterinnen. Sind denn auch, gerade mit Blick auf diese Arbeitsgruppe, die es gibt, wird da auch ein bisschen diskutiert, welche Maßnahmen man auch setzen könnte, um Vermietern, die nicht sanieren, auch Nachteile zu bringen, sprich Abschläge beim Mietzins oder dergleichen. Es gibt ja Abschläge für, weil da kein Aufzug da ist, wenn irgendeine Antenne im Haus nicht installiert ist oder so. Wäre es nicht auch eine Idee, daran zu denken, na gut, dann gibt es halt auch Abschläge für fossile Heizsysteme oder für unsanierte, energieineffiziente Gebäude. Wird das auch mitgedacht? Oder geht es eher wirklich nur darum, wie erleichtern wir es den Vermietern, das umzusetzen? Ich denke, die Frage ist an mich gerichtet. Ich kann sie nicht beantworten. Haupttreffer. Also, in diesem jetzigen Stadium wäre es kontraproduktiv, schon gleich Dinge wie das Mietzinsbegrenzungssystem Richtwert mit einzubeziehen und das Zu- und Abschlagssystem. Da gäbe es natürlich auch im Lichte der Judikatur viel zu überlegen und wohl auch einiges zu reformieren. Aber wenn man das jetzt im Juni 2024 mit auf den Wagen nimmt, dann wird in dieser Legislaturperiode nichts mehr mit dem Projekt. Deswegen sage ich ganz klar, solche Überlegungen werden zwar angestellt, werden zwar eingebracht, muss man aber beiseite schieben, wenn man jetzt ergebnisbezogen arbeiten möchte. Ich sage aber auch gleich etwas Inhaltliches dazu. Also, man darf nicht übersehen, dass im System dieser Mietzinsbegrenzung ein solcher Abschlag nicht denkunmöglich ist, aber nicht ganz systemkonform. Weil nach unserem System im Regelfall der Vermieter nicht die Wärmeversorgung des Objekts schuldet. Also jedenfalls nicht im Vollanwendungsbereich des Mietrechtsgesetzes. Der Vermieter schuldet nicht die Wärmeversorgung. Es ist grundsätzlich, und so passiert es ja auch jedenfalls im urbanen Geschehen, es ist grundsätzlich Sache des Mieters, sich durch einen Bezugsvertrag mit Feinwärme, mit einem Gasversorger oder was auch immer, um diese Wärme zu kümmern. Also, im Gegensatz zum Beispiel zu Deutschland ist unser Regelvertragstyp im Mietrecht die sogenannte Kaltmiete und nicht die Warmmiete. Deshalb ist es wahrscheinlich, müsste man diskutieren, ob es ausreichend systemkonform wäre, hier einen Abschlag vorzusehen, wenn es immer noch mit fossilen Energieträgern funktioniert. Der Effekt, das sage ich jetzt noch rechtspolitisch dazu, das eine war sozusagen rechtssystematisch, rechtspolitisch sage ich dazu, der Effekt wäre sehr überschaubar. Warum? Weil das Richtwertsystem ja immer nur auf den Neuabschluss, auf den Neuabschluss von Mietverträgen wirkt und nicht auf bereits bestehende Verträge. Aber diskutieren kann man das natürlich gut und gerne, aber jedenfalls in der 28. Legislaturperiode. Vielleicht nur ein ergänzender Gedanke dazu. Indirekt wäre es sogar möglich im Richtwertsystem, wenn man dann nämlich überlegt, dass die mietrechtliche Normwohnung ja in einem Gebäude gelegen ist mit einem ordnungsgemäßen Erhaltungszustand. Das wäre aber eher ein Thema für die Judikatur, was auch eine Zeit braucht, dass einerseits vielleicht Verbesserungsmaßnahmen einen Zuschlag erfahren werden, aber vice versa dann natürlich auch, wenn diese nicht durchgeführt sind, dann zu einem Abschlag. Aber das ist ein trägeres System, das wahrscheinlich eher über das wohnrechtliche Schrifttum und Ansätze vielleicht dann von der Judikatur auch übernommen wird. Herr Dr. Karoschek. Ich habe eine Frage. Ich habe das gehört und schon öfters gehört und möchte Sie fragen, ob Sie mir das genau erklären können. Wenn ich das richtig verstanden habe, haben Sie ein Problem allgemein mit der Einspeisung. Das heißt, Sie können Ihren Energieüberschuss nicht so leicht ans Netz verkaufen und wären dann ein Energieversorger und bräuchten eine Ausnahmegenehmigung. Und wenn ich das jetzt wieder richtig verstehe, denken wir Mietrechtler immer klein, klein, wie kann ich beim Mieter eingreifen, wie kann ich vielleicht ein bisschen mehr verdienen oder kann ich hier was bewegen, aber wenn alle gemeinnützigen Bauträger, die so modern bauen oder die Stadt Wien und Wiener wohnen und der ÖVI schließt sich zusammen und alle ÖVI-Eigentümer machen ein super Konglomerat an Energiehäusern, die gleich produzieren, dann haben wir ja viel mehr Energie am Markt, alternative Energie, billigere Energie am Markt. Das ist ja bereits die aktuelle Situation. Aber wo ist das Problem mit der Einspeisung und mit der... In der Netzkapazität. Genau, das Netz ist das Problem, ist das Hauptproblem. Aber die Netzkapazität, ich habe gedacht, wir haben nicht genug alternative Energie. Wir haben zu wenig Netz, zu schwache Leitungen. Und woran liegt das wiederum? Ja, weil der Bedarf so exponentiell auch steigt und das Netz nicht so schnell mitwächst. An der vorausschauenden Planung, die betrieben wurde. Also es ist einfach verabsäumt worden. Aber wenn ich Sie in Ihrer Diskussion richtig verstehe, geht die Diskussion, die Sie jetzt führen, eher im Kleinen. So, wie mache ich jetzt den Altbau-Energie-Feed? Wie kriege ich vom Mieter ein bisschen mehr Geld, dass ich rentiere für einen Vermieter und nicht? Wie mache ich das Netz stärker? Wie können wir alle durch so super Energiehäuser... Das sind immer die falschen fürs Netz. Das sind ja super Kraftwerke, oder? Darf ich mich da unzuständigerweise einmischen? Unzuständigerweise deshalb, weil ich kein Techniker bin. Aber ich habe in den vergangenen eineinhalb Jahren sehr, sehr viel davon gelernt. Unser Problem, unser Dekarbonisierungsproblem in Wohnungen wird primär nicht durch PV-Anlagen gelöst, sondern natürlich, Elektrizität muss auch erzeugt werden, sondern muss primär beispielsweise über Luftwärmepumpen, über Erdwärmepumpen, über Geotermie und Ähnliches gelöst werden. Es ist wunderbar, wenn wir überall Balkonkraftwerke haben. Das reicht dann gerade für den, wenn es dann ein Blackout gibt, dann kann man irgendein Transistorradio damit betreiben oder man kann... Ein Handy kann man aufladen. Ja, ein Handy kann man aufladen. Also die Balkonkraftwerke und die PV-Anlagen scheitern derzeit vielfach... Aber die kann ja großes Kraftwerken. Scheitern vielfach. Die kann ja großes Kraftwerken kommen. Wenn wir aus der Bauordnung Schulden dort abbilden. Und weil es Wiener Netze selber war, haben sie es in ihr eigenes Netz gespeist. Die Problematik, die ich vorher angesprochen habe, ist, wenn ich als Eigentümer des Hauses jetzt als gemeinnütziger Bauträger ein Energieerzeuger wäre, das geht nicht. Oder ich brauche eine Ausnahmegenehmigung dafür. Ich weiß nicht, vor irgendwelchen Urteilen wird sich gerade gefürchtet und da tut man lieber nicht einschalten. Wir haben es zwar, aber... Wir müssen doch das zuerst lösen, bevor ich den Eingriff ins Mietrecht oder die Verbesserung von wohnungseigentumsrechtlichen Abstellungsmodalitäten... Ja, die Juristen sind herzlich aufgeworfen. Ich frage jetzt erst, wie können diese super Wohnungs-, diese super Anlagen, diese super tollen neuen Häuser ihre gesamte Energie einspeisen? Herr Dr. Karschek, nein. Das ist ein Problem. Das ist wirklich ein Missverständnis. Wir glauben, in der öffentlichen Diskussion wird immer so, wird öfters die Ansicht verbreitet, PV-Anlagen würden die Energiewende im Gebäudebereich bewirken. Die PV-Anlagen können einen gewissen Anteil daran haben. Aber grundsätzlich geht es um andere Technologien. Es geht hier, zumindest aus heutiger Sicht, vor allem um Wärmepumpen. Und deshalb müssen wir uns sehr wohl mit wohnrechtlichen Fragen auseinandersetzen. Ja, gerne, Herr Professor, aber ich glaube, Sie wollen mich nicht verstehen. Die junge Frau erzählt mir von einem gemeinnützigen Bauträger, der seine Anlage nicht auftritt und nicht ins Netz geht. Dann brauche ich nicht darüber diskutieren, über PV-Anlagen, der hat keine PV-Anlage, der hat eine Wärmepumpe. Und warum darf der nicht ans Netz gehen? Nein, der hat eine PV-Anlage, das ist keine Wärmepumpe. Ja, aber mit der PV-Anlage versorge ich ja den Strom der Wärmepumpe. Das Ganze ist schon sehr sinnvoll, weil ich jetzt auch E-Mobilität natürlich anbieten muss, auch das habe ich in der Verpflichtung. Also das ist schon toll, was wir alles auf eigenen Flächen erzeugen können, aber wenn ich Überschüsse habe, habe ich ein Problem. Da muss ich jetzt an die Juristen verweisen, weil ich das eben nicht einspeisen darf, weil ich kein Energieerzeuger sein darf. Ja, aber das ist nicht allein die Geschichte. Es geht, warum kann man nicht einspeisen? Es gibt einen technischen Grund, weil die Netzkapazitäten nicht zur Verfügung stehen. Und dann gibt es auch rechtliche Gründe, da haben Sie schon recht. Ja, genau, da gebe ich Ihnen recht. Da gebe ich Ihnen recht. Man müsste die Gewerbeordnung zum Beispiel ändern. Man müsste das Erneuerbare-Gemeinschaften-Gesetz ändern. Das könnte und sollte man tatsächlich andenken, löst nur nicht unser Problem. Nein, deswegen ist es in keiner Wohnung warm, wenn der einspeisen darf. Deswegen hat man keine einzige Wohnung gewärmt. Das ist ein anderes Thema. Strom. Aber wir heizen ja nicht mit Strom. Aber ich brauche die Wärmepumpe. Die Wärmepumpe geht so, es geht ja um den Überschuss. Die Wärmepumpe ist ja wieder, es geht ja um den Überschuss. Gelungen. Es ist absolut gelungen. Und ich meine, das Schwierige ist, den Überschuss gibt es dann, wenn alle einen Überschuss haben. Und wenn wir es brauchen, dann haben wir zu wenig. Ich habe schon auch Batteriespeicher, aber ich sage, ich habe Potenzialflächen. Und diese Potenzialflächen würde ich gerne nutzen. Und wenn mir das verunmöglicht wird, auf Gesetzesebene, ist das halt schade. Das ist immer die Frage, ob der rechtliche Grund einen technischen Grund hat. Und wenn man sieht, wie viel in Wien aufgerissen wird. Also die haben ja sehr angespeedet. Und man kann sich, ich habe mir das, weil es mich interessiert hat, wegen dem eigenen Haus, wo ich wohne eben. Was die für einen Plan haben, kann man sich genau anschauen, welchen Plan die Fernwärme hat. Aber das ist natürlich ein Langzeitplan. Ich kann ja nicht alle Straßen in Wien aufreißen. Und das machen wir beim eigenen Haus. Die haben eine Zuleitung gemacht, die sie nur für dieses Haus gemacht haben, weil das Haus gar nicht im Energieraumplan war. Also es ist kein Wohnhaus, es ist im Zentrum. Und die haben das trotzdem gemacht, auf ihre Kosten. Die haben ein extra Künette gemacht. Ich meine, es hat ein halbes Jahr gedauert, die paar Meter, die sie da gefahren sind. Weil das oft eine Trasse war. Und wenn man jetzt durch Wien fährt, sieht man ja überall, was alles gesperrt ist, abgesehen, wenn was Begegnungszone wird. Aber das ist schon eine Herausforderung, auch die Kabel zu legen. Und wir ärgern uns eh dauernd über Baustellen, weil alle Straßen aufgerissen sind. Es passiert ja ständig was. Aber jeder legt halt zu einer anderen Zeit was rein. Das ist neu. Wir sind natürlich auch in einer Zeit, das muss man auch sagen, wo die Dinge sich wahnsinnig schnell drehen. Wir haben es auch gestern besprochen, oder wir denken darüber nach, auch unser Beruf ändert sich total schnell. Also was wir Architekten vor 20 Jahren, 10 Jahren gemacht haben, die Herausforderungen, was wir gelernt haben, das ändert sich. Wir müssen ständig dazulernen und müssen uns mit neuen Sachen beschäftigen, mit denen sich nie einer vorher von uns beschäftigt hat. Bitte. Sie haben von Benefits gesprochen und dem Motivieren der anderen teilzunehmen an dem Klimawandel bei uns zu Hause. Gerade in Österreich, wir haben es ja gerade eben gehört, darf man als Vermieter oder als Eigentümer die Investitionen nicht umlegen auf die Miete. Wie würden Sie jemanden inspiren wollen oder jemanden die Benefits aufzeigen, obwohl wir vor so vielen Problemen stehen? Also klar, gut, wir tragen etwas zur Klimawandel, also wir arbeiten dagegen, dass das Klima noch wärmer wird, aber für den Eigentümer, der hat ja kein Incentive dann. Wie würden Sie argumentieren, dass jemand dann doch mitmacht? Naja, also Eigentümer gibt es ja viele, es gibt Eigentümer, die verdienen ein Geld und Eigentümer, die haben nur Altmitte, die verdienen vielleicht weniger, also gibt es immer wieder die Beispiele. Da wird es natürlich schwierig werden, das ist ja auch unsere Problematik, aber da sind wir ja wieder bei dem, der das Haus umbaut, aber wir sind noch lange nicht bei dem, der sich einer Maßnahme unterwirft oder wenn wir sagen würden, wir legen, es wäre möglich, bestimmte Maßnahmen umzulegen, Verbesserungsmaßnahmen, also ich fantasiere jetzt, ich sage, ich mache eben ein super fites Haus und ich darf genauso wie den Parkettboden, darf ich ein paar Zentren draufrechnen für meine Wärmepumpe oder was auch immer. Also die Ausstattung, finde ich, ist ja relativ wenig. Das Lagezuschlag ist ja ein ganz komisches System, aber da geht es ja um relativ wenig. Also das ist ja sozusagen eine eher langfristige Geschichte oder ist es jemand, der sozusagen viel verlangen kann, aber es geht ja eigentlich auch die Akzeptanz, beim Mieter zu erreichen, dass er bei solchen Maßnahmen auch mitmacht und bereit ist, dafür etwas auszugeben. Also, und der ist nicht bereit, etwas auszugeben, weil er das sagt, der muss es mir zur Verfügung stellen. Also sozusagen ein Umdenken, ich sitze in einem, ich zahle ganz wenig Miete und das gibt es ja noch immer, aber trotzdem muss man mir alles machen und ich will nichts dafür zahlen. Also das ist so eine Haltung. Aber das ist eine gesellschaftliche Haltung, wie viel Anteil oder wie viel beteiligen wir uns alle selber und es wird scheitern aus meiner Sicht, wenn nur die, die machen sollen, sagen, ja, wir machen und alle anderen sagen, ja, wir lassen machen. Und das ist immer die Frage, was haben wir davon? Wir haben jetzt, gibt es halt immer wieder Gelegenheiten, um das ein bisschen den Leuten vor Augen zu führen, wenn ich eben diese Hochwasserthematik habe. Da sind eben Dinge gemacht worden, für die man heute zahlt. Ich habe diese ganzen, also auch das Renaturnierungsgesetz zum Beispiel, wo das jetzt wieder eben teilweise bekämpft wird. Und dann hat das halt ja damit zu tun, weil man viele Dinge, also die Flüsse eben begradigt hat, eingehaust hat. Ich leite alles Oberflächenwasser, leite ich dann letztendlich in den Fluss, weil ich muss alles in den Kanal einleiten. Ich versickere zu wenig, ich habe zu viel versiegelte Flächen. Das sind alles Folgen. Aber man muss die Leute mitnehmen, weil man sagt, ja, Österreich ist fertig bebaut. Das, was wir in unserem Klimaschutz, also sozusagen Boden, Klimaboden und Gesellschaft gesagt haben, sagen, alle ist fertig gebaut. Aber das stimmt nicht. Das ist bebaut. Wir haben wahnsinnig viele Flächen, wir haben wahnsinnig viele Leerstände, wir haben wahnsinnig viele versiegelte Fläche. Wenn wir alles das, was schon da ist, besser nutzen, brauchen wir nichts Neues noch versiegeln. Und manche Sachen muss man einfach zurückführen, damit ich Versickerung auf der Fläche machen kann, damit sich Wasser nicht einfach sammelt und ein Flussbett, das es einfach nicht aufnehmen kann, weiter rast. Weil das rast ja einfach weiter. Das geht ja dann von dort nach da. Und überall, es hat keine Möglichkeit zu versickern. Also ich widerspreche jetzt gerne ein bisschen wieder. Ich bin extrem für den Neubau. Wir kümmern uns bei vielen Projekten auch um Bereiche, die schon mal versiegelt waren. Versuchen dort was Neues zu machen. Schauen sogar, dass wir einen kleineren Fußabdruck der Versiegelung haben. Also es gibt sehr, sehr intelligente Lösungen. Was ich letztens einmal gesehen habe, ich weiß gar nicht, das war auch eine Vortragsreihe und ich habe mir dann irgendwie den Redner angeschaut und das ist aus dem Logistikbereich gewesen. Und das war eines der entsetzlichsten Bilder, das ich in der letzten Zeit gesehen habe. Ein Logistikcenter, weiß ich wie viele, tausende Quadratmeter, so eine weiße flache Bude und nicht einmal ein Stück extensive oder intensive Dachbegrünung drauf. Also es gibt so viele Maßnahmen, die man machen kann und die in der Summe dann schon wirken. Und die Diskussion jetzt um den Einzelmieter und den Einzeleigentümer, also ich finde das irgendwie sehr merkwürdig. Gut, ich tue mich jetzt leichter, ich bin jetzt kein Jurist, aber der Vergleich mit dem Auto, der funktioniert auch immer bei allen. Es gibt Tempobeschränkungen, es gibt gleiche Regeln und warum kann ich nicht Regeln jetzt einführen, die für alle gelten? Klingt aber natürlich sehr nach öffentlich-rechtlichen Gestaltungsformen. Ja, aber was auch angesprochen wurde, all die Schäden, die durch den Klimawandel entstehen, volkswirtschaftlich gesehen, bitte her mit den Förderungen auf die speziellen Maßnahmen, dann setzen wir das um und es kann durchgehen. Habe ich Sie gerade richtig verstanden, dass Sie den Neubau als Lösung sehen in der Hinsicht? Nein, ich sage nur, im Neubau ist es wesentlich einfacher. Also der Wirkungsgrad einer Bestandssanierung ist immer geringer, es ist wesentlich teurer, eine Kleinbaustelle ist was kostenintensiveres. Also wenn ich jetzt etwas, einen großvolumenigen Wohnbau machen kann, habe ich einen völlig anderen Fußabdruck, den ich dort habe und kann wirklich in der Masse mehr bewegen. Deswegen sage ich, nicht in die Diskussion verfallen, keinen Neubau mehr, weil es gibt so viel Leerstand, man muss da sehr unterscheiden zwischen dem Einfamilienhäusl-Neubau und dem, jetzt spreche ich für meinen Sektor, natürlich geförderten Wohnbau. Also das ist schon ein sehr stark nachgefragtes Segment und man kann wirklich nicht sagen, dass wir einen Leerstand haben, wenn ich ein Projekt neu auf die Homepage gebe, da sind tausende Anmeldungen drauf. Das meine ich auch nicht, sondern der wichtige Punkt, es gibt ja, man redet ja nicht nur von kleinen Sachen, sondern es gibt ja große Bestandsgebäude, es gibt große Gewerbegebiete, die sind riesig, also da sind riesen Umnutzungsmöglichkeiten. Da stoßen wir auch sehr stark an gesetzliche Materien. Gestern wurde diskutiert, ein Gebäude zum Beispiel, Ankerfabrik ging es zum Beispiel, das ist ein riesen Gebäude, wo man eigentlich sehr gut eine andere Nutzung machen könnte, man kann eine Wohnnutzung machen, das ist jetzt in einem Wohngebiet. Aber die haben Industriewidmung. Nein, ich habe zum Beispiel, genau, aber das ist nicht das Problem, wenn ich das Gebäude, ist jetzt standfest. Die haben da drinnen bis vor kurzem gearbeitet, es standen Maschinen drin, große Maschinen drin, Gewicht, da wurde gerattert und so weiter. Wenn ich das Ganze jetzt in einen Wohnbau umnutze, muss ich allen Regeln, allen heutigen Regeln Genüge tun. Das heißt, ich muss alles erfüllen, dann kommen Sachen auf, die Statik ist zu schwach, das Gebäude steht nicht mehr, das hält nicht mit den Erdbeben-Normen statt. Stand der Technik. Also das sind, dieser Stand der Technik, der bei einer Umnutzung basiert, würde ich das Ganze weiterhin als Fabrik nutzen, können die da abstürzen, wenn ein Erdbeben ist, das ist jedem wurscht. Aber wenn ich eine Umnutzung mache, dann muss ich immer diesen Dingen Genüge tun. Und das sind sehr komplexe Dinge, die man sich überlegen muss, die auch die Bestandssanierung sehr schwierig machen. Also es sind aber rechtliche Rahmenbedingungen, die, die sozusagen in dem Fall im Baurecht liegen. Manche Sachen liegen in einem übergeordneten Recht, also das ist eben Mietrecht, Wohnrecht oder was auch immer, in einem Bundesrecht. Und die anderen Sachen sind teilweise auch im Landesrecht, weil die Bauordnung ist ein Landesrecht. Manchmal, also wir haben, also auch manche Dinge würden wir uns wünschen, auch als Berufsvertretung, dass das eben übergeordnete Regelungen sind, dass man nicht in jedem Land was anderes hat. Also die Erdbeben-Norm ist schon was weitergehend, dass das geht sozusagen, der Euro-Code geht bis nach Europa zurück, das wir umsetzen müssen. Das ist nicht bei Ordnung. Aber manche andere Regelungen sind einfach sehr, auch sehr sozusagen lokal gesehen. Also wir sind in diesem Spannungsfeld, was ist eben übergeordnet, wenn das eben so gesehen wird. Wir hätten jetzt noch Zeit für ein paar kurze Schlussworte. Darf ich vielleicht nur auf die Frage, nämlich zwei Gedanken dazu. Das eine steuerliche Anreize, nämlich für Eigentümer, begünstigte Abschreibungen. Auf der anderen Seite auch Förderungen, die natürlich ein Anreiz sind auf der einen Seite nur, da muss man auch wieder aufpassen, weil das oft eine Diskussion ist, warum nehmen Menschen Förderungen nicht an, gerade die in der Vermietung und Verpachtung tätig sind, weil es einfach aus den Förderbestimmungen der Vergangenheit oft die Sorge gibt, naja, vielleicht kommt da dann irgendwann ein Eingriff und ich wäre schlechter gestellt, aufgrund dessen, dass ich ja öffentliche Förderungen in Anspruch genommen habe. Und deswegen trauen sich manche nicht und nehmen das nicht an, auch wenn diese Gefahren gar nicht verankert sind. Und vielleicht nur zum Leerstand. Es ist auch leider so, dass der Leerstand nicht dort ist, wo man gebrauchen kann. Und deswegen steht da ja auch leer. Und dieser Abtausch in Österreich, dass man es vielleicht bundesländerbezogen macht, wir machen woanders was wie der Grün und können dafür in Wien den Ausgleich schaffen, den werden wir wahrscheinlich nie erleben. Befürchte ich. Also eins der Themen schon, dass wir kein Leerstandsmonitoring haben. Also das gibt es einfach nicht durchgehend, das wäre schon interessant. Also es gibt da Studien dazu und es gibt ja viele Kollegen, die sich mit diesem sozusagen Wiedernutzung oder Andersnutzung von eben Gewerbeflächen beschäftigen und da gibt es, man fährt ja nur durch die Landschaft, da gibt es schon viel, das man sich anschauen kann. Aber natürlich kann man sagen, dort will vielleicht keiner hin. Aber es ist ja erstaunlich, wie weit die Leute von Wien weg sind, weil sie sich sozusagen Eigentum oder Miete nicht mehr leisten können, weil die Verkehrsmittel sind hochrangig geworden, die einpendeln. Also das geht schon ziemlich weit, weil es auch gesagt worden ist, dass ich im Gestaltungsbeirat Niederösterreich für Wohnbau sitze. Das ist interessant, wie weit sozusagen der Speckgürtel mittlerweile reicht und das geht sehr weit, dass Gemeinden unter einen sozusagen Druck, Neubau, Druck geraten, die sich das nie haben vorstellen können. Also das geht schon sehr nach außen. Natürlich auch, weil Wien hat einen wahnsinnigen Zuzug. Also ich meine, Wien ist in den letzten, ich bin nach Wien gezogen, vor 35 Jahren, da hat es ungefähr eine Million gehabt, da sind die Leute alle rausgezogen. Jetzt hat es fast zwei Millionen, die Leute ziehen noch immer zu. Also es hat sich eine komplette Veränderung gegeben, was sozusagen mit Zuzug, Wegzug, wer wo sein will. Aber auch, weil Stadt aus vielen Gründen lebenswert ist. Also es gibt viele, die wollen hinaus und wollen den Garten haben, aber für viele ist halt Stadt auch lebenswerter. Gut. Also ich habe gelernt bei der Diskussion, das ist ja mal an sich was Positives, dass es Chancen gibt offenbar, in dieser Legislaturperiode nach so einer kleinen Wohnrechtsreform zu kommen. Das, was du unter dem Schlagwort der Duldungspflichten angesprochen hast. Wer weiß, jedenfalls gibt es konkrete Maßnahmen, es gibt konkrete Ideen und wir haben konkrete Vorschläge und Überlegungen auch gewälzt hinsichtlich einer größeren Reform, die dann natürlich in einem nächsten Schritt erst kommen müsste. Ich habe zu danken, erstens dem Podium selbstverständlich und der Dank materialisiert sich dann in dem Buffet, das da hinten aufgestellt ist. Das allerdings nicht nur für uns da ist, sondern für uns alle. Ich habe nämlich auch Ihnen zu danken, nicht nur für die Diskussionsbeiträge, nicht nur für das lebendige Gespräch, sondern auch fürs Zuhören, fürs Dabeisein, fürs Mitdenken. Das ist der Auftakt einer Veranstaltungsreihe. Wir werden sicherlich öfter zu diesen Themen, ganz egal, ob dann die Reformen kommen oder nicht, sprechen und uns versuchen, wo es geht, aktiv zu beteiligen und einzumengen, wenn man so formulieren möchte. Und für heute hoffe ich, dass Sie noch guten Appetit haben und freue mich über Ihr Kommen und über weitere Gespräche und herzlichen Dank für die Veranstaltung. Vielen Dank.